Herr Waller, wo können Sie sich weitere Erschließungsflächen vorstellen? Also ich teile die optimistischen Prognosen vom Herrn Dr. Friedrich nicht ungeteilt. Ich denke schon, das Projekt Bahnstadt ist für mich von der Lage und von den Möglichkeiten erstmal sehr verheißungsvoll. Bergegger ebenfalls. Und vor weiteren Erschließungsmaßnahmen sollten wir wirklich die Entwicklung abwarten. Wie gesagt, Flächenverbrauch, was weg und betoniert ist, ist dann mal weg. Und gerade mit Blick auf die Zukunft und vielleicht andere Planungen, sollte man da wirklich die Entwicklung abwarten und hier einen Schritt nach dem anderen gehen. Denn notwendig für eine übergroße Eile vermag ich nicht zu erkennen. Aber tun müssen wir was, aber ich denke, die ersten Steine in die richtige Richtung, der Weg ist gelegt und man sollte es zumindest mal jetzt weiter verfolgen. Und wie gesagt, Bahnstadt halte ich für eine sehr gute Idee, auch von der Lage her.